Hallo liebe Leute, jedes Jahr findet in Berlin die große Verreihung des European Real Estate Brand Award statt. Diese Veranstaltung ist heuer leider Gottes dem Covid-19 zum Opfer gefallen. Aber wir haben ein ganz tolles Paket bekommen, das ich heute mit Ihnen gemeinsam auspacken möchte. Eine wunderschöne schwarze Verpackung, wie bereits erwähnt, European Real Estate Brand Award. Jetzt schauen wir mal nach, was in diesem Paket versteckt ist. Ein Anschreiben. Ganz wichtig für jede Preiserleiung, eine ganz tolle Plakette, wo genau drauf steht, was wir gewonnen haben. Den European Real Estate Brand Award 2020. Auch immer wieder ein ganz tolles Magazin, wo für alle Beteiligten und alle Gewinner kurze Beschreibungen bzw. Statements enthalten sind. Natürlich ganz, ganz wichtig ist der alljährliche tolle Glasdiamant, von denen wir schon fünf besitzen, das uns natürlich besonders freut. Und natürlich, was gehört zu jeder Feier dazu, etwas zum Trinken. Eine Flasche Champagner, den werden wir natürlich mit unseren lieben Mitarbeitern genießen. Denn der Erfolg dieses European Real Estate Brand Award gehört natürlich nicht dem Chef alleine, sondern natürlich die Mitarbeiter, nur die besonders tollen Mitarbeiter machen natürlich die Marke Rustler aus. Vielen Dank und schönen Tag. Vielen Dank.